Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von den Leipziger Verkehrsbetrieben. Wieder einmal werden hier im Rathaus die Karten neu gemischt. Wird sich damit alles ändern oder bleibt alles, wie es ist? Die Wahl haben Sie. Denn im Januar 2013 gehen die Bürger der Stadt an die Urnen und wählen ihren neuen Oberbürgermeister. Wer sind die Kandidaten und welche Ziele haben sie? Darüber wollen wir Sie heute in der Sendung informieren und damit Ihnen herzlich willkommen bei in Leipzig. Am 27. Januar 2013 wählen die Leipziger ein neues Stadtoberhaupt. Der neue Oberbürgermeister wird für sieben Jahre die Stadt Leipzig vertreten, den Vorsitz des Stadtrates innehaben und die Stadtverwaltung leiten. Die großen Parteien haben ihre Kandidaten nominiert. Diese sechs Politiker stehen zur Wahl. Der amtierende Oberbürgermeister Burkhard Jung, SPD Der Jurist, Philosoph und Soziologe Felix Eckert für Bündnis 90 Die Grünen Barbara Höll, Mitglied des Deutschen Bundestages für Die Linke Jurist René Hobusch für die FDP Der Polizeipräsident im Ruhestand, Horst Wawiczynski, geht für die CDU ins Rennen. Außerdem stellt sich der unabhängige Bürgerkandidat Dirk Feiertag zur Wahl. Den Leipzigern sind noch nicht alle Kandidaten ein Begriff. Ja, es ist schwierig. Es gibt altbekannte Gesichter und neue. Es ist immer die Frage, wie viel eine Person alleine so umsetzen kann. Gar keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Also ich wusste, dass Wahlen sind, aber ich weiß nicht, wer da ist und so. Hat mich noch gar nicht informiert. Ich weiß es nicht. Ein Oberbürgermeister Jung, der ist ja jetzt, ne. Ja, und andere kenne ich nicht. Wohlwurtschiff oder wie heißt der unser Polizeipräsident? Wawiczynski. Genau. Also dem würde ich es eigentlich zutrauen. Im Prinzip haben wir ja nur einen Burkhard Jung als Bürgermeister und einen Gegenkandidaten zu wirklich gibt es ja nicht. Ich glaube, der ehemalige Polizeipräsident entspricht nicht meinen Vorstellungen, sagen wir es so. Eigentlich habe ich mir da noch gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Ich weiß zwar, dass der, unser Oberbürgermeister Jung, eigentlich bisher gute Arbeit geleistet hat, aber vielleicht sollte doch mal jemand anders dran kommen. Ja, die Baustellen, die es gibt, ist natürlich hier die Kindertagesplätze, Kindertageseinrichtungen. Und zwar nicht nur Tagesmütter. Also das wäre wichtig, weil Tagesmütter einfach für Berufstätige nicht die Alternative sind. Also da wären es schon richtig Kindertagesstätten wichtig. Das ist auf jeden Fall die Bildung. Das sind die Rechten. Na ja, und im Straßenbau, da hätten wir auch noch einiges zu tun. Es wäre sehr gut, wenn was für die Bildung getan würde. Wenn vor allen Dingen auch was getan würde dafür, dass genügend Krippenplätze da wären. Nächstes Jahr, wie versprochen, und Kindergartenplätze. Und nicht nur alles in den Tunnel gebaggert wird. Vielen Dank. Der CDU-Kandidat für die Wahl des Leipziger Oberbürgermeisters ist immer für einen flotten Ballwechsel zu haben. Denn Horst Wawiczynski ist passionierter Tischtennisspieler. Der parteilose Polizeipräsident im Ruhestand will ein Oberbürgermeister zum Anfassen sein. Ganz ohne jegliche Schauspielerei, wie er selbst sagt. Wawiczynski, der in Bayern als Kind einer Flüchtlingsfamilie geboren wurde, arbeitet seit 42 Jahren als Polizist. Zunächst als Präsident der Polizeidirektion in Chemnitz, dann als Leiter der Sächsischen Bereitschaftspolizei in Leipzig. Der 59-Jährige lebt heute mit seiner Lebensgefährtin und seinem 10-jährigen Sohn zusammen und hat eine Wohnung in Leipzig-Mitte. Er verbringt seine Freizeit gerne mit Gartenarbeit, handwerklichen Tätigkeiten oder Angeln. Und will nicht meckern, sondern machen. Horst Wawiczynski möchte Oberbürgermeister von Leipzig werden. Weil ich der Meinung bin, dass Leipzig Potenziale hat, die momentan brach liegen und viele Probleme hat, die ich meine, auf alle Fälle lösen zu können. Herr Wawiczynski, Sie sind seit ein paar Wochen so gut wie im Ruhestand. Und den könnten Sie ja jetzt auch entspannt genießen. Aber Sie stellen sich als Kandidat zur Wahl als Oberbürgermeister von Leipzig. Ich kenne die Probleme Leipzigs, die mir in den vergangenen Jahren immer mehr bewusst werden. Und es reicht nicht aus, nur drüber zu meckern bzw. sich drüber aufzuregen. Ich bin ein Mensch, der sagt, dann musst du dich selber zur Wahl stellen und es besser machen. Und das versuche ich. Warum sollten denn die Leipzigerinnen und Leipziger im Januar Ihnen Ihre Stimme und damit auch Ihr Vertrauen schenken? Nun, die Leipziger kennen mich seit viereinhalb Jahren, dass ich keiner bin, der sich versteckt, sondern Verantwortung trägt, der vor Ort ist, der mit den Menschen spricht und der auch die Probleme anpackt in Leipzig. Und ich glaube, das ist Grund genug, mich zu wählen. Was würden Sie nach der Wahl denn anders machen als der amtierende Bürgermeister Burkhard Jung? Zumindest würde ich für meine Verwaltung die Verantwortung tragen, was ich derzeit sehr vermisse. Und ich würde die Probleme auch konkret angehen, mich kümmern um die Probleme in dieser Stadt, die ja sehr vielfältiger Natur sind. Was wären denn, sollten Sie Oberbürgermeister werden, die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Das ist einmal, die Verwaltung ordentlich zu führen, zum anderen, Kindergärten- und Schulhausbau voranzutreiben, den Straßenzustand zu verbessern, die Gehwege zu verbessern und die sonstigen Dinge aufzuklären, die in Leipzig bislang liegen geblieben sind. Ich denke hier an die Probleme im Sozialdezernat, aber auch die herrnlosen Häuser. Das sind alles Themen, die die Bürger sehr stark bewegen und wir aber keine Antworten darauf bekommen. Inwieweit spielt das Thema Kriminalität für Sie dann noch eine Rolle? Sie kennen sich auf dem Gebiet ja bestens aus. Wir müssen die Kriminalität nach unten bringen. Das ist ein Standortfaktor für die Wirtschaft, aber auch ein Stück Lebensqualität für die Bürger, je weniger Kriminalität wir in Leipzig zu verzeichnen haben. Dann wünschen wir Ihnen für den Wahlkampf und für Sie persönlich natürlich auch alles Gute und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen ganz herzlich. Mit René Hobusch zieht für die Liberalen ein Stadtratsmitglied gegen Amtsinhaber Burkhard Jung in den Wahlkampf. Der 36-Jährige, der Lesen, Wandern und Rudern zu seinen Hobbys zählt, will frischen Wind ins Rathaus bringen. Seit Beginn seines Studiums 1996 lebt der aus Sachsen-Anhalt stammende Jurist bereits in der Messestadt. Seit 2009 sitzt er für die FDP im Stadtrat. Familienpolitik hat sich Hobusch ganz oben auf seine Agenda geschrieben. Wohnortnahe Betreuungsplätze und eine bessere Vereinbarkeit von Kind und Beruf sind für den Vater zweier Kinder, der gemeinsam mit seiner Familie in Paunsdorf wohnt, die Wahlkampfthemen Nummer 1. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende kündigte an, sich für mehr Kita-Plätze und eine schlankere Verwaltung stark machen zu wollen. René Hobusch möchte Oberbürgermeister von Leipzig werden, weil... Es gibt ganz viele Kandidaten in dieser Stadt, aber wir möchten ein eigenes Angebot setzen für die Leipzigerinnen und Leipziger, für die Mitte in dieser Stadt und deswegen René Hobusch besser für Leipzig. Herr Hobusch, von Beruf sind Sie Jurist. Ist dieser Beruf jetzt nicht so lukrativ für Sie oder warum wagen Sie gerade jetzt den Schritt in die große Politik? Meine Entscheidung als Oberbürgermeister für Leipzig zu kandidieren für die Leipzigerinnen und Leipziger hat nichts mit der Frage von Lukrativität zu tun, sondern es ist einfach das Angebot an die Leipzigerinnen und Leipziger, einen eigenen Politikstil zu wählen und ganz einfach nach der vielen Kritik, die ich auch in den letzten Jahren als Stadtrat immer wieder geäußert habe, an dem, was im Rat was passiert, eigene Verantwortung zu übernehmen und auch für das zu stehen, was ich kritisiert habe. Was könnte sich denn unter Ihrer Führung in Leipzig ändern? Wir haben sehr viele Baustellen hier in dieser Stadt. Schauen Sie einfach nur mal in die Verwaltung hinein, schauen Sie sich an, was passiert. Wir haben sehr viel kritisiert, wir haben sehr viele Versuche gewagt in den letzten Jahren, wollten sehr viel verändern. Da sind wir noch nicht weit gekommen. Stichwort Verwaltungsstrukturreform, das ist eine große Baustelle, da muss die Verwaltung moderner werden, muss im 21. Jahrhundert ankommen. Ein Oberbürgermeister muss sich stärker auch auf die konzentrieren, die tatsächlich Arbeit in dieser Stadt schaffen. Das sind nicht nur die Großen am Stadtrand, sondern das sind weit über 20.000 kleine und mittelständische Unternehmen in dieser Stadt. Die brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. Wir brauchen neue Schulen, wir brauchen Geld für bestehende Schulen, wir brauchen ganz viele Kindertagesplätze, viele große Baustellen, wo viel zu tun ist. Was wäre denn nach einer Amtsübernahme Ihre erste Herzensangelegenheit? Ich würde erst mal einen Strich ziehen, würde erst mal einen Kassensturz machen und mir einzelne Projekte auf den Tisch legen lassen und schauen, ist dort zum Beispiel noch ein Ausstieg möglich und können wir das Geld, was dort eingespart werden kann, für Schulen und für Kitas ausgeben. Das Thema Wirtschaft haben Sie schon angesprochen. Eine gute und möglichst starke Wirtschaft ist ja auch wichtig für einen ausgeglichenen Haushalt. In unserer Stadt sieht es da nicht so gut aus. Wie könnten wir denn also den Schuldenberg Leipzigs drücken oder in den Griff bekommen? Wir sind gerade in der Debatte um den Haushalt für das Jahr 2013. Wir sind auch als FDP-Fraktion immer wieder mit vielen Vorschlägen gestartet. Wir haben vieles kritisiert, insbesondere die Prestigeprojekte in dieser Stadt habe in Person auch ich kritisiert, den Lindenauer Hafen. Ein stadtentwicklungspolitisch ganz interessantes Projekt, aber nicht auf Kosten und auf das Risiko der Steuerzahler. Da können wir eine ganze Menge sparen. Es gibt ein Gutachten zum Zustand und für die Zukunftsperspektiven unserer Leipziger Hochkultur. Das Gutachten ist in der Schublade des Oberbürgermeisters verschwunden und dort liegen geblieben. Das Ende des Liedes war, auf den Status Quo wurden einfach nochmal 6 Millionen Euro in diesem Jahr drauf gesattelt. Da muss sich was ändern. Da müssen wir Änderungen vornehmen, um die Hochkultur in ihrem heutigen Bestand auch für die Dauer halten zu können. Leipzig und der öffentliche Personennahverkehr, das ist für die Stadt ein ganz großes und wichtiges Thema. Wo liegen hier Ihre Prioritäten bzw. was würden Sie verändern? Ich denke, insgesamt müssen wir schauen, wo können wir den öffentlichen Personennahverkehr noch attraktiver machen, wo können wir ihn effektiver machen. Wenn man bedenkt, dass allein nur ein Fünftel der Verkehrsleistungen insgesamt, die durch die LVB erbracht werden, durch diese auch erwirtschaftet werden, denke ich, ist das eine ganz große Baustelle. Da gibt es eine Menge zu tun. Dann liegt also eine ganze Menge Arbeit vor Ihnen. Auf alle Fälle wünschen wir Ihnen privat und für den Wahlkampf alles Gute. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitteschön. Felix Eckhardt soll neuer Oberbürgermeister der Messerstadt werden, zumindest wenn es nach dem Vorstand von Leipzigs Bündnis 90 Die Grünen geht. Der in West-Berlin geborene Jurist, Philosoph und Soziologe wohnt seit Ende der 90er Jahre in Leipzig. Damals schloss er sich auch den Grünen an. Zuvor hatte er acht Jahre lang politische Erfahrungen bei der SPD gesammelt. Eckhardt lebt und arbeitet in Schleusig, direkt am Auwald. Hier leitet der 40-Jährige ein von ihm selbst gegründetes Forschungsinstitut, die Forschungsstelle für Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Außerdem ist er Professor an der Universität in Rostock, schreibt für überregionale Tageszeitungen und arbeitet politikberatend im Klimaschutz. Der naturverbundene Politiker, der viel mit Rat und ÖPNV unterwegs ist, will Konzepte für eine zukunftsfähige Stadtpolitik anbieten, auf Nachhaltigkeit setzen, Instrumente wie den Bürgerentscheid häufiger genutzt sehen und die Verwaltung transparenter gestalten. Vor kurzem ist der gebürtige Berliner zum ersten Mal Vater geworden. Felix Eckhardt möchte Oberbürgermeister von Leipzig werden, weil... Leipzig eine Politik verdient hat ohne Skandale, wie bei den harrendosen Häusern, wie bei den städtischen Betrieben und ohne Weglächeln der eigentlichen Probleme, wie beispielsweise eine moderne Mobilitätspolitik, die nicht nur aufs Auto setzt, eine Schulpolitik, die ausreichend und zwar auch energetisch gut ausgestattete Schulen bereitstellt, die ausreichend Kita-Plätze bereitstellt, auch in erreichbarer, vor allem auch ohne Auto erreichbarer Entfernung, die auf Stadtwerke setzt, die 100 Prozent erneuerbare Energien Strom erzeugen und die eine Wirtschaftsförderungspolitik betreibt, wo Effizienzindustrien, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Kreativwirtschaft der Schwerpunkt bilden und nicht immer neue Großansiedlungen am Stadtrand. Herr Professor Eckhardt, Sie sind gebürtiger Berliner, leben seit 15 Jahren in der Stadt. Was verbinden Sie mit Leipzig oder was verbindet Sie mit der Stadt? Es gibt einen Gründerzeitbaubestand, der einmalig ist. Es gibt eine Verkehrssituation, die im Vergleich zu ähnlich großen Städten wie Bremen, Frankfurt oder Düsseldorf noch relativ erträglich ist. Es gibt eine Kinderfreundlichkeit in der Stadt, es gibt auch eine Aufbruchsstimmung in der Stadt. Nun hätten Sie als OBM aber eher mit Problemen zu kämpfen, die nicht gerade die klassischen grünen Themen sind. Also statt Umweltschutz und Radwege geht es da um Schuldenabbau und Sozialausgaben. Inwieweit sind Sie auf diese Themen vorbereitet? Ganz wichtig finde ich zunächst mal, dass Umweltschutz selber ein höchst soziales Thema ist. Der Klimawandel droht die größte soziale Katastrophe des 21. Jahrhunderts zu werden. Wenn wir eine globale Erwärmung haben mit riesigen Migrationsströmen, mehr Naturkatastrophen, mit Nahrungs- und Wassermangel in Teilen der Welt, mit vermehrten Kriegen, umschwindende Ressourcen, dann werden die sozial Schwächeren weltweit und auch in Deutschland die am meisten Leidenden sein. Und wenn wir explodierende Strompreise, explodierende Heizungspreise haben, weil Öl, Gas und Kohle einfach knapp werden, weil die fossilen Brennstoffe uns ausgehen, werden auch die sozial Schwachen hier in Deutschland am meisten darunter leiden. Deswegen ist ein klassisches grünes Politikprofil, was Umwelt wichtig nimmt, die moderne Sozialpolitik für mich erst mal. Wie sieht es denn Ihrer Meinung nach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus? Wo gibt es hier noch Handlungsbedarf? Die meisten Menschen in Deutschland, soweit sie erwachsen sind, fahren einer gewissen Quantität Auto. In Leipzig ist allerdings die Situation schon ein bisschen anders, weil wir rund 40 Prozent Haushalte ohne Auto haben. Trotzdem wird die Stadtplanung immer noch so gemacht, als sei das Auto das einzige Verkehrsmittel. Fahrradfußgänger, ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, dürfen sich hinten anstellen. Das ist schon kostenmäßig ein Desaster, weil natürlich Straßenbau besonders teuer ist und unheimlich viele teure Straßenneubauprojekte der Vergangenheit gelaufen sind. Ich setze dagegen eine Konzentration auf Erhaltung des Straßennetzes, nicht auf überteuerte, überdimensionierte Neubauten und eine Fokussierung auf den öffentlichen Personennahverkehr. Ein Mann, der also vieles vorhat. Ich wünsche Ihnen für Ihren Wahlkampf und für Sie persönlich alles Gute. Danke. Oberbürgermeister Burkhard Jung wird im kommenden Januar nochmals für das Amt des Stadtoberhauptes kandidieren. Fast 93 Prozent der Delegierten der Leipziger SPD sprachen sich bei der Nominierung für den Amtsinhaber aus. Der vierfache Familienvater, 1958 im westfälischen Siegen geboren, kam 1991 nach Leipzig. Als studierter Lehrer für Germanistik und evangelische Theologie wurde er als Schulleiter an das Evangelische Schulzentrum Leipzig abgeordnet. 1999 übernahm er im Rathaus den Posten als Beigeordneter für Jugendschule und Sport. Später war der 54-Jährige Beauftragter für die Olympiabewerbung Leipzigs sowie 2006 Beauftragter für die Fußball-Weltmeisterschaft. Jung, der mit seiner Familie in Goles wohnt, hatte schon Ende 2009 zur Hälfte seiner siebenjährigen Amtszeit angekündigt, sich 2013 wieder für den OB-Posten in Leipzig bewerben zu wollen. Der amtierende Oberbürgermeister Burkhard Jung will im Januar 2013 erneut kandidieren, weil ich die Stadt weiter so voranbringen möchte, wie es in den letzten Jahren gerungen ist. Es ist ganz viel geschafft. Wir haben die Arbeitslosigkeit tabiert, wir haben einen solchen Zuzug und sind so attraktiv geworden und es geht weiter wirtschaftlich mit uns aufwärts. Und daran möchte ich meinen Anteil tragen und das mit den Leipzigerinnen und Leipzigern, die Ärmel weiter hochkrempeln, damit wir weiter attraktiv, vielfältig, bunt, kulturvoll und ein Vorbild sind für das Miteinander in der Stadt. Herr Jung, seit fast sieben Jahren sind Sie Oberbürgermeister von Leipzig. Auf welche Projekte, die in Ihrer Amtszeit umgesetzt werden konnten, sind Sie denn besonders stolz? Also richtig stolz bin ich darauf, dass wir in den letzten sieben Jahren die Arbeitslosigkeit halbieren konnten. Ich glaube, das ist die schönste Botschaft für Leipzig. Und die zweitschönste, vielleicht genauso wichtig, Leipzig wächst und ist eine pulsierende, lebendige, attraktive Stadt mit einem Zuzug, dass in den letzten sieben Jahren 35.000 Menschen hingezogen sind. Das sind, denke ich, die wesentlichen großen Botschaften. Kein Mensch ist unfehlbar und auch ein Oberbürgermeister ist ein Mensch. Aus heutiger Sicht betrachtet, welche Entscheidungen waren vielleicht eher etwas unglücklich, vielleicht auch ein Fehler? Wer nichts macht, der macht auch keine Fehler. Natürlich ist man, wenn man entscheidet, auch immer in der Gefahr, Dinge falsch zu machen oder falsch einzuschätzen. Im Nachgang würde ich sagen, es gibt ohne Zweifel auch Dinge, die man gegebenenfalls anders machen könnte. Zum Beispiel, um es mal konkret zu machen, auf der alten Messe, denke ich, ist eine wunderbare Entwicklung gelaufen, die hin zur BioCity mit einem neuen, innovativen, technologischen Entwicklungssprung verbunden war. Ob man da heute noch einmal ein Möbelhaus ansiedeln würde, bin ich mir zum Beispiel unsicher. Das sind so Entscheidungen, die man überlegen muss, ob man die gegebenenfalls hätte anders treffen können. Und dann sind es auch natürlich Personalentscheidungen. Also ohne Zweifel war es schwierig bei der Kulturbürgermeisterwahl. Im Ergebnis sage ich aber, dass wir eine gute Form gefunden haben, miteinander zu arbeiten. Warum sollten denn die Leipziger Bürgerinnen und Bürger Ihnen bei der nächsten Wahl im Januar erneut ihr Vertrauen schenken? Die schlichteste Antwort ist, wir sind sehr gut unterwegs. Leipzig ist eine attraktive, pulsierende Kulturpralle, wunderbare Stadt, lebendig, vielfältig. Und ich möchte gerne, dass es so bleibt und dass Leipzig weiter wächst und weiter brummt und die Entwicklung nach oben geht. Im Unterschied zu vielen, vielen anderen Städten, wo es schrumpfend zurückgeht, denke ich, ist Leipzig so attraktiv und lebendig. Daran will ich weiter arbeiten. Was wären denn bei einer Wiederwahl die neuen Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Ja, vieles ist begonnen und noch nicht fertiggestellt. Ich möchte gerne den Lindenauer Hafen weiterentwickeln, dass er wirklich zu einem pulsierenden neuen Stadtteil wird. Ich möchte weiter daran arbeiten, dass wir touristisch so weiter die Entwicklung anleiten wie in den letzten Jahren. Also Geld in die Stadt holen, Touristen in die Stadt holen. Bei 2,4 Millionen Übernachtungen sind wir jetzt angekommen. Ich denke mal, drei Millionen ist erreichbar. Das Thema Wirtschaftsentwicklung, Industrieansiedlung ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit Porsche, mit BMW, mit den Zulieferern sind wesentliche Schritte in die richtige Richtung gegangen und da müssen wir jetzt verstetigen. Auch die Lohnverhältnisse müssen weiter nach oben gehen, damit die Menschen wirklich was im Portemonnaie haben. Also eine Vielzahl von Projekten, die vor uns liegt. Letztes Loch, ich denke, die großen Zukunftsfragen sind natürlich auch wesentlich in der Diskussion. Was heißt Mobilität im 21. Jahrhundert? Wie können wir nachhaltig wirtschaften? Was heißt Energiewende für unsere Stadtwerke? Wie können wir die älteren Menschen mitnehmen, weiter partizipativ am Leben teilzuhaben? Wir dürfen nicht vergessen, es werden immer mehr, immer älter, was ja eigentlich schön und gut ist. Aber wie können wir das in einem Generationsausgleich auch mit den Jüngeren verbinden? Und das große Thema ist natürlich für Kinder und Familien weiter attraktiv zu bleiben, die Kitas auszubauen, die Schulen auszubauen, das Geld zu haben, um aus den Steuermitteln und Einnahmen dann auch die Infrastruktur zu gestalten. Es ist noch viel zu tun. Dann drücken wir natürlich auch Ihnen für den Wahlkampf die Daumen, wünschen Ihnen persönlich alles Gute. Dankeschön, Herr Jung. Danke Ihnen. Barbara Höll ist die einzige Bewerberin im Rennen um das Amt des Leipziger Stadtoberhauptes. Sie geht vor die Partei Die Linke ins Rennen. Die 54-Jährige wurde in Sachsen-Anhalt geboren. Nach dem Abitur studierte sie Philosophie und arbeitete als wissenschaftliche Assistentin an der Handelshochschule Leipzig. Höll ist Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie leitet den Arbeitskreis Wirtschaft, Arbeit und Finanzen ihrer Fraktion. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion. Die Politikerin ist geschieden und lebt im Leipziger Süden. Sie will unter anderem mehr Arbeitsplätze schaffen, die Belange von Senioren stärken und keinen Schuldenabbau um jeden Preis. Barbara Höll möchte die erste Oberbürgermeisterin von Leipzig werden, weil ... Ich bin seit über 30 Jahren Wahlleipzigerin, habe lange politische Erfahrungen, bin fest verankert. Ich weiß, was die Bürger und Bürgerinnen der Stadt wollen und brauchen. Und ich glaube, mit meinen weiblichen Führungsqualitäten kann ich die Stadt tatsächlich spürbar voranbringen. Frau Dr. Höll, Sie möchten Leipzigs erste Oberbürgermeisterin werden. Warum ist Ihnen dieses Amt so wichtig? Weil Leipzig Veränderung braucht. Wir haben große Umbrüche in Leipzig erlebt, aber das ist nicht für alle zu Aufbrüchen geworden. Und ich glaube, dass ich als Frau mit langer politischer Erfahrung hier wirklich viel bewirken kann. Und der Wechsel tut Not und ich bin bereit, das zu machen. Wie würde sich denn mit Ihnen als Oberbürgermeisterin die Frauenquote in der Stadtverwaltung entwickeln? Das ist natürlich was ganz Wichtiges, dass dann Frauen auch tatsächlich Entwicklungspläne haben, dass Frauen entsprechende Positionen erreichen können. Und ich denke auch, bei der Besetzung der beigeordneten Posten wäre es gut, wenn wir hier nicht mehr nur Männer hätten, sondern da auch perspektivisch versuchen, an der Arbeit bemessen, aber dann auch Frauen mit solchen Aufgaben zu betreuen. Sollten Sie die Wahl im Januar gewinnen, für wen oder was würden Sie sich als erstes einsetzen? Als erstes würde ich mich in der Stadtverwaltung bekannt machen, weil ich ja mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung gemeinsam Leipzig gestalten will. Also hier erstmal die Verwaltung tatsächlich zu sagen, ich bin auch für euch da tatsächlich. So und dann geht es darum, den Bürgerinnen und Bürgern, den Leipzigerinnen und Leipzigern wirklich wieder das Wissen zu geben, dass ihre Meinung gefragt ist, dass nicht über sie hinweg regiert wird, sondern dass wir gemeinsam die Stadt gestalten wollen. Und das ist mein wichtigstes Anliegen, weil Leipzig nicht nur die City ist. Leipzig ist nicht nur die Stadttelite, sondern Leipzig ist Leipzig mit allen seinen Stadtteilen und mit allen Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt demnach auch einige Defizite in der Stadtpolitik. Wo sehen Sie diese derzeit? Ich glaube, dass die Stadt derzeit nicht optimal verwaltet wird. Bereites Beispiel dafür sind leider die vielen Skandale, die wir in der letzten Zeit hatten. Und das fängt an bei der langen Wartezeit, um eine Vaterschaft anerkennen zu wollen. Das Stichwort herrnlose Grundstücke. Aber ich glaube es einfach auch nicht in Ordnung, dass wir keine angemessenen Kosten der Unterkunft bei Hartz IV haben. Hier ist absolut schnelle Änderung notwendig. In Ihrem Wahlprogramm sprechen Sie von einer Solidarstadt. Wie genau sieht diese aus? Solidarstadt heißt, dass die Zielstellung darin besteht, dass wirklich alle miteinander in dieser Stadt gut leben können und wollen. Und das heißt, die Bedürfnisse und Interessen wirklich der gesamten Bevölkerung aufzunehmen. Oft braucht man Geld, aber es gibt auch viele Dinge, die man mit wenig Geld und wirklich mit einem Aufeinanderzugehen tatsächlich bewerkstelligen kann. Und zum Schluss plädieren Sie auch für eine Kulturstadt. Was wären hier Ihre ersten Ziele? Eine Kulturstadt, da positioniere ich mich ganz klar. 2020 zum Ende meiner ersten Legislaturperiode haben wir modernes Naturkundemuseum. Da ist die musikalische Komödie gesichert. Und für mich entscheidend ist herauszukommen aus diesem permanenten konfrontativen Kurs Hochkultur gegen freie Szene. Nein, beide arbeiten schon aktiv miteinander. Und das gilt es zu intensivieren, fortzusetzen. Wir haben eine Vielzahl kultureller Angebote, soziokultureller Angebote, insbesondere für Kinder, für Jugendliche. Die möchte ich wirklich verstetigen. Also die sollen bleiben, die sollen sich entwickeln können. Frau Dr. Höll, eine Frau mit vielen Plänen und Zielen. Ich drücke Ihnen auf alle Fälle für Ihren Wahlkampf die Daumen und für Sie persönlich natürlich auch alles Gute. Dankeschön für das Gespräch. Rechtsanwalt Dirk Feiertag macht das halbe Dutzend an Bewerbern für das Amt des Oberbürgermeisters voll. Der parteilose Bürgerkandidat wird im Wahlkampf von der Piratenpartei, vom Freien Forum und der Wählervereinigung Leipzig unterstützt. Der 33-Jährige wurde im niedersächsischen Braunschweig geboren, bevor er vor elf Jahren zum Jurastudium nach Leipzig kam. Feiertag sieht sich selbst als bürgernahen Einzelbewerber, der sein Wahlprogramm zusammen mit den Leipzigern schreiben will. Er setzt sich für eine transparente und für die Bürgerschaft einsehbare Arbeitsweise in der Verwaltung und eine Stärkung der direkten Demokratie ein. Der Jurist wohnt mit seiner Lebensgefährtin und seinen drei Kindern im Waldstraßenviertel. Dirk Feiertag möchte Oberbürgermeister von Leipzig werden, weil? Leipzig eine transparente, soziale Bürgerstadt werden soll. Herr Feiertag, Sie sind der jüngste Herausforderer um das Amt des neuen Oberbürgermeisters. Welche Chancen rechnen Sie sich aus? Ich rechne mir gute Chancen aus, ansonsten würde ich nicht antreten. Ich bin angetreten, um die Politik in Leipzig zu verändern, für mehr Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz und für eine sozial gerechtere Stadt zu sorgen. Wer unterstützt Sie denn im Wahlkampf, der ja bald in die heiße Phase geht? Es gibt zahlreiche Verbände, Vereine, die mich unterstützen. Politische Parteien, das neue Forum, die Wählervereinigung und natürlich auch die Piratenpartei unterstützen mich als parteilosen, unabhängigen Kandidat, der ich bin und vor allen Dingen ganz viele Leipzigerinnen und Leipziger. Welches wären denn Ihre Schwerpunkte bei der Arbeit an der Stadtspitze? An der Stadtspitze geht es mir vor allen Dingen um die Rechtmäßigkeit der Verwaltung. In vielen Stellen handelt die Verwaltung zurzeit nicht rechtmäßig und das möchte ich ändern. Konkret zum Beispiel eine Richtlinie der Kosten der Unterkunft, die tatsächlich rechtmäßig ist, das heißt, die statistisch valide ermittelt wurde und die auch Mieten gewährt, zu denen man sich dann auch Wohnungen anmieten kann. Nun steht ja auch auf Ihrer Internetseite, es soll eine pragmatisch transparente, eine an der Sache orientierte und für die Bürgerschaft einsehbare Arbeitsweise in der Verwaltung Einzug halten. Der Satz alleine klingt nun wenig transparent. Also wie wollen Sie es denn noch schaffen, die gesamte Verwaltung umzukrempeln? Wenn man Bürgerbeteiligung ernst meint, muss man erstmal für Transparenz sorgen. Das heißt, wir brauchen eine Transparenzsetzung, die ihren Namen tatsächlich verdient. Seit Jahren reden Jung und Co. über die Transparenzsetzung. Bisher hat sich nichts getan. In der letzten Stadtratssitzung wurde das Thema wieder vertagt. Ich will hier Veränderungen schaffen. Ich will, dass tatsächlich eine Transparenzsetzung entsteht, die ihren Namen verdient. Das heißt, jeder Bürger muss das Recht haben, Einsicht zu nehmen in die Akten, solange da keine Daten drin enthalten sind, die datenschutzrechtlichen Charakter haben. Und das fängt bei der Kita an, bei den Kita-Betreiberverträgen. Welche Kita bekommt wie viel Geld? Das sollte transparent sein. Die Stadtverwaltung weigert sich seit Jahren, mir diese Daten herauszugeben. Und es geht in vielen anderen Bereichen auch so weiter. Sie setzen sich unter anderem auch für den fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr ein. Wie müssen wir uns das Ganze vorstellen? Der fahrscheinlose ÖPNV ist tatsächlich eines meiner Pilotprojekte, wo auch Leipzig punkten könnte, in Deutschland und auch weltweit. Und zwar verfolgt es das Prinzip, dass wir Kosten sparen, nämlich die Kosten sparen für Fahrscheinautomaten, Fahrscheinautomaten, die oftmals nicht funktionieren, für den ganzen Vertrieb von Fahrscheinen, auch letztlich für die Menschen, die ohne Fahrschein den öffentlichen Personennahverkehr benutzt haben und deswegen teilweise ja auch in den Gefängnis sitzen, was dann für den Staat auch höhere Kosten verursacht. Das alles könnte man einsparen mit dem fahrscheinlosen ÖPNV. Der muss natürlich gegenfinanziert werden. Und hier will ich die Leipzigerinnen und Leipziger tatsächlich einbeziehen und sagen, wie wollen wir das anders finanzieren, eine Umlage schaffen, die davon wegkommt, dass man für jede einzelne Fahrt Geld bezahlen muss oder sich ein Monatsticket kaufen muss. Dann wünschen wir Ihnen für Ihren Wahlkampf alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank. Hoffentlich konnten wir Ihnen nun einige Informationen geben, die Ihre Entscheidung erleichtern werden. Aber denken Sie daran, Sie müssen sich entscheiden, wohin Sie Ihr Kreuzchen setzen. Ein Kreuz allerdings sollte schon feststehen und zwar das in Ihrem Kalender. Am 11. Dezember sollten Sie es eintragen, denn dann gibt es die neue Ausgabe von in Leipzig. Es wäre schön, wenn Sie wieder reinschauen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss, alles Gute und bis bald. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Leipziger Verkehrsbetrieben.